So jetzt mache ich noch so ein Video drüber. Grüße euch meine Freunde von nah und ferne, hier vom Sonnenaufgang in Graz St. Peter. Probieren wir so noch eins. Ist ja super, schaut euch das an. In Osten, da ist Osten eben von uns aus gesehen, genau. Heute zum letzten Tag 31.22 geschrieben. Morgen ist soweit, das neue Jahr beginnt. Hier ist die Kirche. Da oben geht es Süden oben. Zirka im Buchkogel, alles da. Ein bisschen bleibe ich noch dran. Einmal schwenkt meine Oma. Dann haben wir es. Da machen wir noch ein paar Fotos. Und einen schönen Sonnenaufgang, den letzten Tag des Jahres 2022. Heute wird ein sehr schöner Tag. Boah. Das sieht man jetzt schon. Genau. So. Gut. Also fiert euch dann. Tschüss. Tschüss.